Wutschig und lecker! Papika-Reis, man kann wie anfangen. Zuerst, vollkommen was Mati-Reis, waschen und nach Packungsangaben galen. Zuerst, Papika-Einkern in Steifen schneiden. Mit etwas Öl in den Topf geben. Papika und Zwiebel in den Topf geben, ca. 3 Minuten anbraten. Dann Knoblauch dazu, Chili habe ich fein gehabt, Papika-Pufe, Senf und Tomatenmark. Jetzt zusammen kurz vermengen. Mh, hier ist ein schöner Aroma. Mit gemischtem Brühe abbrüchen. Und mit Salz und Pfeffermütze. Frisch Timur, feihacken. Dann Reis dazu. Und Timur. Alle zusammen gut vermengen. Wow, das ist eine wunderschöne, würzige Papika-Reis. Not bis komplett esse, die. So good, eight gute! Vielen Dank für dich schauen, bis ane, Semmer. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.